Yo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ankündigung für einen Livestream. Ja Freunde, jetzt gerade mache ich schon den zweiten Twitch Livestream. Der erste ist ja richtig überragend bei euch angekommen, da habe ich mir gedacht, haue ich gleich mal den zweiten raus, wir werden wieder ein bisschen FIFA spielen. Einfach ein chilliger Livestream mit ProClub Ultimate Team Coop Season. Da können wir einfach schauen, da könnt ihr auch sehr, sehr viel in den Twitch reinschreiben, in den Twitch Chat beziehungsweise, ja. Da werde ich sehr, sehr viel auf eure Kommentare eingehen. Was ihr da eben reinschreibt, werdet auch Fragen beantworten und einfach darauf eingehen. Was ihr da eben reinschreibt, das heißt, ihr könnt da sehr, sehr viel entscheiden und sehr, sehr viel mitbestimmen. Ja Freunde, dann würde es mich freuen, wenn ihr hier auf dieses Video auch einen Daumen nach oben da lassen könntet und einfach mal beim Twitch Stream vorbeischauen könntet. Link ist natürlich in der Videobeschreibung.